Hi zusammen, heute möchte ich euch mal ein wirklich cooles Projekt zeigen, das mit Langchain erstellt wurde, Dancer. Ich werde euch zeigen, wie man das Projekt einrichtet, euch mit den Kernfunktionen vertraut machen und vielleicht das, was euch auch interessieren könnte, die Architektur und die Gedanken dahinter. Ich finde nämlich, dass es extrem gut implementiert. Lasst uns erstmal mit dem Setup beginnen. So, also das hier ist Dancer und wenn wir hier ein bisschen scrollen, dann sehen wir, wir haben hier so eine Admin-Nutzer-Oberfläche und können Daten eben mit rollenbasierter Authentifizierung verwalten. Das finde ich ein sehr, sehr cooles Feature. Das sehen wir auch hier unten. Hier haben wir User Authentication mit Document-Level-Access-Management. Das hat man sonst bei keinem anderen Projekt, das mir gerade so einfällt. Also das wäre tatsächlich etwas, was auch sehr gut in Produktion so gehen kann. Und was auch sehr cool ist, ist, dass wir ein Management-Dashboard haben, wo wir verschiedene Konnektoren verwenden können. Das heißt, wir können dann Webseiten einbinden in unseren Vector-Store, können lokale Files hochladen und vieles mehr. Und dafür bietet eben Dancer Standard-Konnektoren. Und wir haben ein Live-Fetching-Update. Das heißt, wenn wir Konnektoren einstellen, die werden im Hintergrund in den Background-Task dann eben mit der Datenbank gesynkt. Also wirklich sehr, sehr cool aufgesetzt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wie das Ganze funktioniert. Also erstmal muss man das Ganze dann eben über git-clone einfach klonen. Und danach hat man das Ganze dann in seinem lokalen Folder liegen. Und so sieht das Projekt dann aus, wenn wir es uns geklont haben. Das heißt, wir haben hier verschiedene Folder. Und wir gehen jetzt erstmal in den Deployment-Folder. Hier haben wir einen Docker-Compose-File, beziehungsweise mehrere. Und mit diesem Docker-Compose-File können wir die ganzen Services, die hier eben implementiert sind, dann über einen einfachen Befehl starten. Es gibt auch noch einen Kubernetes-Folder, wo wir das Ganze sogar in einem Kubernetes-Cluster laufen lassen können. Aber wir bleiben erstmal hier auf unserem eigenen Rechner und da verwenden wir eben Docker-Compose. Den Befehl für den Docker-Compose-Start, den finden wir hier in den Docs, hier unter dem Reiter Deployment. Da gehen wir auf Docs und hier sehen wir jetzt, das ist der Befehl. Den können wir uns einfach kopieren und dann eben eins zu eins hier rein kopieren. Ich werde ein bisschen was ändern. Erstens das Force Recreate und außerdem noch das Minus-D. Das Minus-D sorgt dafür, dass die ganzen Services im Background laufen. Wenn wir das wegmachen, dann sehen wir hier drin auch, ob etwas fehlschlägt und wir können eben leichter eine Applikation auch debuggen und sehen, wie eben das Ganze miteinander kommuniziert. So, dann starten wir das Ganze. Dauert jetzt bei dir wahrscheinlich knapp 5 Minuten. Bei mir wurde das ja eben schon gecached. Das heißt, das sollte relativ schnell dann eben auch laufen. So, wenn alles passt, dann solltet ihr jetzt hier auf Localhost und dann Port 3000 die UI sehen. Und normalerweise werdet ihr jetzt hier beim ersten Login nach dem OpenAI-API-Key gefragt. Ich habe das ja schon eingegeben, das heißt, ich sehe das nicht. Wenn ihr diesen allerdings noch ändern wollt, dann könnt ihr das hier unter dem Admin-Panel machen und dann hier unter Keys, OpenAI, hier den alten Key löschen und hier einfach einen neuen Key eintragen, damit wir eben auch mit OpenAI kommunizieren können. Okay, jetzt gucken wir uns mal an, was eigentlich im Admin-Panel so alles möglich ist. Also, wie gesagt, eins der coolsten Features finde ich diese Konnektoren, wo wir eben einfach über eine UI dann Daten indizieren können. Für lokale Files können wir einfach Drag & Drop verwenden und hier dann einfach Files ablegen. Die werden dann eben indiziert und entsprechend in den Vector Store reingeschrieben. Ich zeige euch das Ganze nochmal mit Web, also noch mit einer zweiten Option hier. Wie gesagt, gibt da eben auch Slack, es gibt Jira und so weiter und so fort. Für Web möchte ich jetzt einfach mal hier eine Seite von Kicker analysieren und zwar das Spiel Bayern gegen Leipzig vom letzten Wochenende und wenn wir das hier eintragen, dann sehen wir jetzt, der Status ist enabled, allerdings können wir das jetzt noch nicht nutzen. Jetzt wird ein Background-Task gestartet, wo wir dann eben diese Dokumente, die werden jetzt ausgelesen und dann gesplittet und dann in diese Vector-Datenbank reingeschrieben und eben auch die Embeddings dafür erzeugt. Das heißt, hier sehen wir dann jetzt in Progress und jetzt müssen wir einfach ein bisschen warten, bis dieser Background-Task eben abgeschlossen ist und dann können wir sozusagen gegen diese Dokumente chatten und gucken, ob wir die Information aus dem Vector-Store als User dann eben rausbekommen. Okay, das ging relativ schnell. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich habe eigentlich erwartet, dass hier mehr Dokumente rauskommen als nur eins. Müssen wir auch mal gucken, wie man das irgendwie noch granularer einstellen kann. Aber wenn wir mal hier drauf gehen und jetzt einfach AI-Search machen, wie hat Bayern gegen Leipzig gespielt, wenn wir das fragen, sollte eigentlich sich hier, genau hier sehen wir, das ist hier der Vector-Store und hier werden die Informationen rausgezogen. Und hier sehen wir auch die richtige Antwort, Bayern hat gegen Leipzig 2-2 gespielt und eben auch diese Analyse in der ersten Halbzeit, hoppla, hier ist jetzt irgendwie ein Fehler passiert. Machen wir nochmal. Genau, also hier sehen wir jetzt eben Bayern hat 2-2 gespielt und Cain in Elfmeter und dann so weiter und so fort. Also das passt und wir sehen, dass eben auch entsprechend die richtigen Informationen aus dem Vector-Store gekommen sind. Also ich finde das sehr cool, dass eben auch das mit dem Webscraper funktioniert und jetzt möchte ich euch aber nicht nur zeigen, wie das Ganze funktioniert und was man damit eben so machen kann, sondern auch mal die Architektur hinter Dancer. Dancer hat dafür eine sehr schöne Grafik und die findet man in der Dokumentation unter System Overview. Hier gibt es diese System Architecture und ich finde, die beschreibt sehr gut, was das eigentlich macht. Also wie man sehen kann, wir sind in einer Docker-Umgebung, also laufen sozusagen auf einer virtuellen Maschine und jetzt gibt es zwei Perspektiven. Erstens die User-Perspektive und dann die Admin-Perspektive. Wir betrachten erstmal die Admin-Perspektive und zwar haben wir eben diese Konnektoren, das heißt wir können Confluence anbieten, Google Drive, ServiceNow, Files oder auch einfach Websites und das funktioniert wunderbar und diese Anbindung oder dieses Synken funktioniert über einen Background-Task. Hier wird ein sogenannter Salary-Job gestartet und der schreibt dann diese Daten, die wir hier connecten, dann in die Datenbank rein und managt das Ganze dann eben über Authentication und so weiter auch in Postgres. Dann haben wir noch die andere Perspektive und das ist die Nutzer-Perspektive. Hier macht der Nutzer einen Request, also stellt eine Frage und Nginx handelt dann das Ganze. Das heißt, der arbeitet hier als Proxy oder Reverse-Proxy, leitet den Traffic weiter an den API-Server, dann nehmen wir eben diesen Query, machen eine Ähnlichkeitssuche über den Vector-Store, kriegen hier Informationen zurück, schicken das Ganze in OpenAI, kriegen das Ganze zurück und dann zeigen wir das am Ende auf der Website. Und das ist eben dieser Flow und der ist komplett unabhängig. Das heißt, wir haben diesen API-Server, der hat allerdings keine Last, wenn wir dort neue Dokumente einspielen. Das heißt, das ist komplett voneinander entkoppelt und das ist eine ziemlich clevere Lösung. Also was wir hier letztlich haben, ist eine wirklich ausgeklöbelte Microservice-Architektur. Ich finde es, wie gesagt, ziemlich beeindruckend und wenn ihr mal größere Projekte in Langchain umsetzen wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall auf dieses Projekt irgendwie so als Blaupause zurückgreifen. Wie gesagt, ich finde es super umgesetzt und würde mich definitiv daran auch in Zukunft orientieren. Also wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like und ein Abo. Wir sehen uns, bis bald, ciao. Bis bald, ciao.